Hallo Borg, heile hallo Welt, da bin ich wieder euer Lutze. Draußen ist Aprilwetter, eben hat es geregnet. Jetzt scheint schon wieder fast die Sonne, wenn es nicht gerade dunkel werden würde. Und ab Mittwoch ist tatsächlich Frühlingsanfang, offizieller Frühlingsanfang. Und ob es wirklich Frühlings wird, das muss uns der Matze nachher erzählen. Was war gewesen die Woche? Nicht ganz so viel. Wir können uns doch tatsächlich mal richtig kurz halten. Es gab eine Fahrraddemo, wie schon mal, in Borgheide, diesmal allerdings von Borgheide nach Borgwalde, gestartet hat der Verein Waldkleeblatt e.V. Wie so manch einer weiß, tritt ja dafür an, gegen Windräder im Wald zu kämpfen. Und der muss jetzt auch demnächst dagegen klagen, weil die Regierung meint, wir könnten mit Windrädern im Wald ohne Probleme leben. Ja, bereits in zwei Wochen, am Samstag, den 30.03. startet die nächste Fahrraddemo, diesmal allerdings ab 11 Uhr am Fichtenwalder Markt. Und wer den Verein unterstützen möchte bei seiner Klage gegen Windräder, der findet auch unter unserem Video einen Link zu einem sogenannten Erklärvideo, zu einem Infovideo mit dem Spendenkonto von dem Verein. Schaut es euch an. Unter dem Video findet ihr den Link zu der Info von Waldkleeblatt e.V. Jo, dann haben wir wieder eine Bürgermeistersprechstunde in Borgheide und zwar am Samstag um 9.30 Uhr steht der Bürgermeister wieder zur Verfügung. Das macht er regelmäßig jeden 2. und 4. Samstag im Monat und dort kann jeder seine Anliegen dort vortragen. Wie gesagt, findet das von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr am Kirchanger, also bei uns am Marktplatz im Bürgermeisterbüro, statt. Dann gibt es noch eine Veranstaltung am Samstag und zwar abends um 19 Uhr und das startet im Waldbad, in der Gaststätte am Waldbad natürlich, in der Gaststätte am Waldbad Borgheide und zwar der nächste Dartabend. Also wer so den einen oder anderen Pfeil werfen möchte, findet sich dort ein und ist gern herzlich eingeladen, dort mit anderen im Wettstreit ein Dartturnier zu bestreiten. So, dann sind wir schon beim Sport. Der BSV 90 war dieses Mal auswärts gewesen und zwar in Wollin. Und wie der Trainer das Spiel dort in Wollin sah, könnt ihr jetzt hier erleben. So Hartmut, hier in Wollin, Auswärtsspiel wieder gewesen. Wir sind hier mit einem großen Publikum angereist. Und ich glaube, das Spiel war nicht dasselbe wie letztes Wochenende. Mit Sicherheit nicht, nein. Meine Mannschaft hat heute eine ihrer besseren Leistungen gezeigt, um nicht zu sagen, vielleicht eines der besten Auswärtsspiele zumindest. Angefangen von einer stabilen Abwehr heraus, über weite Strecken des Spiels auch spielbestimmend gewesen und letztendlich der Sieg auch in der Höhe verdient gewesen. Ja, 4 zu 1 gewonnen, aber das erste Tor hat die Mannschaft kassiert. War das ein Ausrutscher? Ja, es war eine Unaufmerksamkeit, die so natürlich auch nicht passieren darf. Es sah der Torwart nicht ganz glücklich aus bei der Aktion, aber er hat ein paar andere Sachen, wo er sich wieder gut gehalten hat, wo er uns das wieder gerettet hat alles. Also von daher kein Vorwurf weiterhin. Und wir waren ja auch in der Lage, kurz danach dann gleich den Anschlusstreffer, beziehungsweise den Ausgleichstreffer zu machen. Der war wichtig vor der Halbzeitpause noch. Jawohl. War eine sehr angenehme erste Halbzeit gewesen, sehr ausgeglichenes Spiel. Also die haben auch, Berlin hat natürlich auch fleißig gekämpft. Was war in der zweiten Halbzeit los? Da hat es Karten gehagelt und sogar eine rote Karte. Ja, die rote Karte kann ich nicht erklären. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, warum der Schiri da eine rote Karte gegeben hat in der Situation. Wie gesagt, ich habe die Gesamtsituation nicht gesehen. Schade nur, er hat uns damit eine 100%ige Torschance weggefiffen. Das war eigentlich das Negative an dieser ganzen Geschichte. Die rote Karte für den Gegner. Gut, müssen Sie mit der gegnerischen Mannschaft besprechen oder unter sich klar machen, warum da eine rote Karte die Undiszipliniertheit auch, denn als er sich vom Platz bewegt hat, der Spieler, man äußert sich dann nicht mehr so. Klar, es ist Frust da, aber eigentlich... Ja, ich habe es auch nicht wirklich mitbekommen. Ich war mit der Kamera gerade hinter einem Spieler hinterher gewesen mit dem Ball. Aber trotzdem, es war top gewesen, super Spiel. Wir sind wieder ausgesöhnt mit der Mannschaft nach dem letzten Wochenende. Der Himmel hat gehalten. Gott sei Dank, ja. Und was wir natürlich nochmal sagen wollen, wir haben den Bus gekriegt. Du hast den Bus vom Fliegerheim organisiert. Ja. War richtig cool, volles Auto gewesen mit Fans und selbst der Chef vom Verein war mit hier gewesen. Und tolle Sache gewesen. Vielen Dank nochmal ans Fliegerheim und herzlichen Glückwunsch der Mannschaft. Dankeschön. Das war's. Danke, tschüss. Tschüss. Nächstes Wochenende sind wir wieder auswärts gegen Brandenburg-Gölzow. Die Spielgemeinschaft Brandenburg-Gölzow in Brandenburg wird gespielt. Okay. Anschluss 15 Uhr. Werden wir sehen, wie das läuft. Das war's für heute. Danke und tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Hartmut. Schön, dass du immer so eine coolen Interviews dazu gibst. Und ganz, ganz herzlichen Dank natürlich an das Fliegerheim, dass ihr den Fans und uns natürlich den Bus spendiert habt, dass wir dort hingekommen sind nach Wolin. Übrigens, die nächste Fußballveranstaltung findet ja in Brandenburg-Gölzow statt. Und dort steht auch der Bus wieder zur Verfügung. Also wer möchte, kann sich dort einfinden. Neun Leute können mit Fahrern natürlich den Bus nutzen für Hin- und Rückreise zu den Auswärtsfußballspielen. Vielen, vielen Dank ans Fliegerheim. So, weitere Themen zum BSV noch. Am 22.03. findet um 90 Uhr im Hotel Fliegerheim die Mitgliederversammlung des BSV 90 statt. Und der nächste Arbeitseinsatz steht auch schon fest. Der ist am 30.03. auf dem Sportplatz. So, jetzt bleibt mir nur noch fix das Wetter. Matze, wie sieht es aus mit dem Frühling? Hallo Lutze, hallo Bockei der Welt. Machen wir das Wetter ganz kurz. Regen ist weg. Der Wind hat endlich aufgehört. Die Sonne kommt raus. Es wird bis zum Freitag in Richtung Temperaturhöhen von 14 bis 16 Grad gehen. Regen kaum in Sicht. Und alles in allem schön sonnig. Ja, das war's schon. Ich kann noch kurz. Tschüss. Ja, hat der Matze gar nicht mitbekommen. Natürlich. Er hat tatsächlich den Frühling angesagt. Wenn wir 15, 16 Grad kriegen, dann wird es doch schon langsam frühlingshaft. Wird ja auch Zeit, dass die Sonne ein bisschen höher kommt und es wieder wärmer wird. Ja, das war's schon wieder hier bei Bockei der News TV. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier vor der Kamera. Euer Lutze. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017